Hallo, hallo, hallo! Der Gronkh hier! Wir sind zurück bei Metro Equidesign! So viel zusammen. Ich würde sagen, wir machen weiter, oder? Nein. Jetzt können wir weitermachen. Gut. Beim letzten Mal haben wir diese schöne Tüte gefunden. Ja? Samus ist ja lila. Fuck, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Moment. Jetzt nicht mehr! Yes! Hast du das gemacht? Okay, ja. Wollte nur ein bisschen abfacken. Okay, gehen wir weiter. So, suchen wir jetzt einen Weg zum Boss, oh hi. Kann ich den ohne Plasma töten? Weiß ich nicht. Den blauen? Hast du doch schon mal, oder nicht? Das sind nicht die Karate-Typen, ne? Das sind nicht die Karate. Wow, hat der mir flab gezogen. Irgendwie lässt er sich nicht kaputt machen. Moment. Schauen wir mal, ist hier unten was? Nein, okay, dann wird woanders auch nichts sein. Geh ich jetzt einfach mal von aus. Du bist so klug! Da oben war auch nichts. So, Moment. Und rüber! Doch, Moment, da... Erstmal Viech töten hier. Ne, ich hab ne bessere Idee. Viech einfrieren. Kann ich oben ein bisschen gucken. Jetzt muss ich warten, bis es wiederkommt. Kann ich mal schauen, was da... Okay, das braucht nur noch einen Schuss. Und einfrieren. Ekelisch. So, was haben wir denn hier oben? Gar nichts. Da oben haben wir ein Viech, was unempfindlich ist gegen meinen wunderbaren Eisbeam. Und was haben wir hier unten? Noch so ein Viech, was da... Was sich denkt... Nö. Eisbeam, Scheißbeam. Und hier haben wir auch nichts. Hi. Tschüss. Ah! Ich versteck mich. Hier sieht er mich nicht. Ah! So hoch komme ich gar nicht. Der steht mir so ein bisschen im Weg. Na gut, dann fliege ich auf ihn rein. Wie wäre es, wenn du ihn einfach nur umbringst? Er kann ich ja gar nicht. Ich habe keine Waffe, die das kann. Ich meine so... Instant kill. Würde ich ja gerne. Ich habe keine Waffe, die das kann. So. Wo kann ich eigentlich noch lang? Gab es denn irgendwo hinten noch einen anderen Weg? Hier, das sieht verdächtig aus. Nicht. Aber das da. Nicht. Gehen wir weiter. Ah, gut. Das bleibt offen. Nach oben habe ich noch gar nicht geguckt. Maschinengewehr. Oh, eine Baubombe. Wie nett. Ich brauche hinterher. Nein! Ein bisschen zurückspulen. Ich möchte keinen Schaden bekommen. Wie? Hier kann ich rein. Gehen wir auch rein. Gehen wir auch rein. Schaden ist gut. Ich denke, du kriegst vier Schaden auf einmal. Ich glaube, das habe ich bisher noch nie bekommen in diesem Spiel. Siehst du? Die sind alle zu krank. Die ziehen mir viel zu viel ab. Können wir noch rein? Nein. Nein. Schauen wir einfach mal. Hm. Nichts. 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 Wieso mache ich das Ding immer mal weg? Ich kann doch auch mitschießen. Ich kann nur nicht mehr laufen. Ich bin jetzt ein Krüppel quasi. Du bist also ein Krüppel. War das okay, das sozusagen? Nein. Ich denke, da fühlen sich jetzt viele auf den Schlips getreten. Was solltest du rausschneiden? Haha. Rausschneiden? Jan. Wir sind nicht bei Jesse an Cut. Als ob Jan was rausschneiden würde. Jan würde nicht mal rausschneiden. Ich habe ja meinen Zweitkanal extra deswegen so genannt. Ja, ich beneide dich ein bisschen, weil lieber Name ist schon echt gut. Ja. Danke an... Ach, wie hieß der? Steffen und irgendwas bezahlen, glaube ich. Irgendwie so. Irgendwas bezahlen, nicht schön. Ich glaube, das waren drei Zahlen, aber ich weiß nicht mehr genau welche. Hm. So, da hoch. Was haben wir hier? Äh, immer weiter höher. Ich möchte eigentlich nach rechts zum Boss. Und nicht immer weiter in die Höhe steigen. Oh ja. Gegner. Stirb. Oh, was ist hier? Äh. Natürlich kann ich da nicht durch. Frag doch mal die Wand, ob sie weg geht. Ich schließe einfach mal an. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein. So, ich habe da oben aber was gesehen, wo vielleicht... Ah! Sehen könnte, weswegen ich da nicht weiter kann. Und zwar, der Schalter geht weiter nach oben. Wahrscheinlich hier. Äh. Ja. Vielleicht noch weiter hoch. Au. Ich falle immer so tief, wenn ich falle. Ich liebe diesen Spacer in diesem Spiel irgendwie. Ich habe das Gefühl, er schießt schneller als in anderen. Oder ich habe den Spacer in anderen Metroid-Spielen noch nie alleine ausgerüstet. Was wahrscheinlich eher der Fall sein wird. Oder? Wann kommt man in den Spacer etwa nochmal? Sehr früh. Vor Kraten. Hm. Ich bleibe trotzdem bei der... Bei der Annahme, dass... ... man hier sehr viel schneller schießt. Einfach. Das ist doch auch, glaube ich, so, oder nicht? Habe ich doch auch angemerkt. Irgendwie... ... geht es hier nicht weiter. Das mag ich nicht. Fangen wir mal schießen又 mal. So.. .. nun... .. so.. Na, komm. Irgendwo. Aktiviere dich. Ein. Schalter. Weil ich zufällig dagegen geschossen habe. Und? Nein. Kann ich irgendwo durch? Hm. Nein, da oben sehe ich auch nichts. Zu hoch. Das ist mir zu hoch. Verstehst du? Verstehen Sie? Meine Damen und Herren, ja. Da komme ich nicht dran. Frag mal, ob die von alleine ausgeht. Tür, gehst du von alleine auf? Und? Ich glaube, sie hat Nein gesagt. Hm. Gut, in diesem Raum gibt es auch nichts weiteres zu holen. Ich will wieder meinen Spacer. Wieso habe ich nur einen Reserve-Tank? Das ist voll wenig. Da ist auch nichts. Hier irgendwo am Rand. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein. Gut, dann gehen wir weiter. Wir sollen also hier noch gar nicht hin. Behaupte ich jetzt nur einfach mal. Ganz vage Behauptung. Was hältst du von dieser Behauptung? Ich muss es noch mit meinem Manager klären. Was ich von der halten darf. Hm. Und kriegst du die Antwort? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, so schnell wie möglich am besten. Jetzt habe ich die Antwort erhalten. Was war nochmal die Frage? Das ist eine gute Frage. Dann muss ich auch mal meinen Manager fragen. Gut. So, was haben wir denn hier? Hier können wir runterfallen. Na, Sand. 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 Das ist nicht so leicht, im Sand zu stehen. Sand. Sand. So, einmal schön ausholen und drüber. Moment ja, hier. One hit. Kann man hier rein? Nö, warum auch? Moment mal da, im Raum hinter mir ist ein Gang nach unten. Sehe ich gerade. Durch den Treibseitfall. Aber, dann kommst du nicht mehr zurück. So leicht. Wollen wir doch mal schauen. Mal schauen, wo wir landen. Warst du schon? Moment. War da links was? Aber, da warst du schon. Ich möchte gucken, wie viele Misser es sind. Fünf. Zwei. Ich würde sagen, Weg zwei bis halt es doch nicht. Vielleicht nachher, wenn wir dahin zurückgehen, aber jetzt nicht. Wow. Moment. Einfach mal Grapplebeam ausrüsten und Mocktroyd zu anhitten. Komm her. Tschüss. ich weiß noch vor einigen pass hat mich noch jemand gelobt wow der jesse benutzt endlich mal die rewein taste und der zeit dass die leute ich immer nur zu halten ist dass er wegen euch bitterlich weint schuld ist das hat der arme nicht verdient nur manchmal schon aber nicht immer aber jetzt gerade jetzt gerade hat das nicht verdient jetzt habe ich eher einen weg zu irgendwas richtig und verdient plasma beaming ist dass wir schon hast stets gefunden was der plasma beendet bringt nicht da nicht unterspringen sollen das jawohl da komme ich wieder raus da war hast du schon das karte ist doch markiert moment dann noch mal zurück wieso achte ich nie auf die karte so und einfach über weil wir einfach kurz inzwischen stopp machen können ich weiß genau da und darüber und da hoch und darunter und hier ist nichts da oben ist aber was ich schaue gerade hier von hier aus kann ich rechts war auch noch was so du wirst da wo mit nach da ich bin wirklich beeindruckt hey guck mal da moment wo fühlt mich das hin moment kann ich da irgendwie auf die andere seite hoch moment wie oben gespeichert eigentlich jetzt aber nicht so ganz wüsste wieder darüber kommst ich auch aber ich möchte nicht ich weiß doch gar nicht was ich sagen würde doch mit speed booster nein ich dachte er an den infanit bomb charme findet ihr die leute kein wasser mehr die leute würden die aussagen du sollst auf mich hören da und ist fast nichts schneckchen gehen wir mal hier rein und schauen was hier drin ist hast du nur den spacer allein an ja warum man kann ja nicht kombinieren lassen mich raten ist das so klar speed booster sollten bitte von der daher kommen von oben wahrscheinlich um anlauf nehmen schauen wir mal auf wie viel platz in diesem raum ist um anlauf zu nehmen ich würde sagen ausreichend natürlich ob das jetzt auch offen warum sollte es nicht offen bleiben das spiel gemeint okay ich bleib offen da kannst du anlauf holen natürlich habe ich den anlauf auch dann bis ich da rein laufe dadurch gehe und dann noch den ganzen weg da hinten hin behalte ich dir natürlich die ganze zeit reicht das überhaupt von hier klar ja gut reicht moment ich habe eine idee 0 hoch springen ach komm was immer viel zu früh verdammt das hast du ja gut herkriegt ja das passt ja war nicht weil das und jetzt doch der winkel hat doch jemand zu sagen und aber jetzt auch mal jemand gesagt wie man schneller anlauf holen kann hast du schon vergessen wie denn außen kann man kurz anfangen erst kurz vorher geht und dann erst anfängt zu rennen glaube ich echt ja kam jetzt nicht so glücklich dann war es irgendwas anderes oder der typ hat scheiße erzählte das kann auch sein so ich habe da vorne gesehen dass man da unten durch konnte da wie komme ich da hin wahrscheinlich von unten